Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz schnell und einfach einen Untersetzer für Ostern häkeln könnt. Ihr braucht zwei verschiedene Farben Wolle eurer Wahl, die dazu passende Häkelnadel, eine Schere und eine Nadel zum Vernähen. Wir starten mit einer Luftmaschenkette und schlagen 23 Maschen an plus eine Wendeluftmasche. Wir häkeln jetzt in festen Maschen zurück, dafür stechen wir mit der Nadel in die zweite Masche vor der Nadel ein. Bevor wir dann aber weiter häkeln, legen wir den anderen Farbfaden auf die Masche drauf und häkeln dann erst die feste Masche zu Ende. Damit der Faden sozusagen unten mitgeführt werden kann. Das müssen wir jetzt schon am Anfang mitmachen, damit unser Untersetzer auch später schön gleichmäßig ist. Wir häkeln jetzt vier feste Maschen und führen den Faden für den Hasen unten drunter einfach mit. Und bei der letzten, also der vierten festen Masche, stechen wir mit der Nadel ein und holen den Faden nach vorne. Wir häkeln die feste Masche aber mit dem anderen Faden, den für den Hasen, zu Ende. Dann häkeln wir zwei Maschen in der Farbe des Hasen und bei der letzten festen Masche, also der zweiten festen Masche, wechseln wir wieder den Faden. Ich häkel hier ja mit weiß und blau, deswegen werde ich einfach im Laufe des Videos jetzt einfach nur sagen, dass ich auf weiß wechsle oder auf die Hasenfarbe. Die nächste Masche häkle ich in weiß. Ich beende diese Masche aber nicht und nehme wieder den Faden für den Hasen auf. Jetzt häkle ich neun feste Maschen in der Farbe für den Hasen und die neunte Masche beende ich wieder mit dem weißen Faden, damit ich dann in der nächsten Masche wieder eine feste Masche in weiß häkeln kann. Ich beende die Maschen, ich beende die aber nicht in weiß, sondern nehme mir sofort wieder den Hasenfaden auf. Häkle zwei Maschen in der Hasenfarbe und die letzte beende ich wieder mit dem weiß. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, häkelt ihr jetzt vier weiße Maschen. Und ich kann euch auch versprechen, dass das jetzt ein bisschen schwer zu sehen ist, weil ich mich ja hier für weiß und blau entschieden habe. Im Verlauf des Videos kann man das aber wirklich besser erkennen. Um in die zweite Reihe zu kommen, häkeln wir eine Luftmasche, wenden die Arbeit. Wir stechen in die erste Masche sofort ein und nehmen uns den Faden für den Hasen wieder mit auf, dass wir den jetzt auch wieder mitführen. Wir häkeln jetzt sieben feste Maschen. Bei der siebten wechseln wir wieder die Farbe. Häkeln vier Maschen in der Hasenfarbe. Wobei wir da auch wieder auf die letzte, auf die vierte, auf weiß wechseln. Um dann eine Masche zu häkeln in weiß, die beenden wir aber auch nicht, sondern wechseln sofort wieder auf die Hasenfarbe um. Um mit der dann vier feste Maschen zu häkeln. Und bei der letzten Masche wechseln wir wieder auf weiß. Und mit weiß häkeln wir sieben feste Maschen bis zum Reihenende. Für die nächste Reihe häkelt ihr wieder auf. Eine Luftmasche wendet. Stecht wieder ein. Vergesst den Faden für den Hasen nicht mitzunehmen. Und jetzt häkeln wir wieder acht weiße feste Maschen. Auf die letzte, also die achte, wechseln wir den Faden für den Hasen. Damit wir in der nächsten eine feste Masche häkeln können. Da wechseln wir aber auch schon wieder auf weiß. Die nächste häkeln wir dann in weiß. Häkeln die aber auch nicht zu Ende, sondern wechseln wieder zu unserem Hasenfaden. Damit häkeln wir dann drei feste Maschen. Die dritte wechseln wir wieder auf weiß. Dann häkeln wir eine in weiß. Die beenden wir mit dem Hasenfaden. Damit wir die in dem Hasenfarben häkeln können, eine feste Masche. Die beenden wir aber wieder mit weiß. Und häkeln dann bis zum Schluss acht weiße feste Maschen. Diese Reihe wiederholt ihr jetzt einfach nochmal. Die fünfte Reihe ist total einfach. Da häkeln wir ganz normal wieder eine Luftmasche. Wenden das Ganze. Häkeln acht weiße feste Maschen. Die achte beenden wir dann wieder mit dem Hasenfaden. Damit wir dann sieben feste Maschen in der Hasenfarbe häkeln können. Und die siebte beenden wir dann wieder mit weiß. Und beenden die Reihe dann mit acht weißen festen Maschen. In der sechsten Reihe häkeln wir sieben weiße feste Maschen. Wechseln die Farbe bei der letzten festen Masche. Damit wir dann neun hasenfarbene feste Maschen häkeln können. Wechseln bei der neunten oder letzten auch wieder auf weiß. Damit wir die Reihe mit sieben weißen festen Maschen beenden können. In der siebten Reihe häkeln wir sieben weiße feste Maschen. Bei der siebten Masche wechselt ihr dann schon wieder auf die Hasenfarbe. Damit wir dann drei hasenfarbene feste Maschen häkeln können. So, ich sag euch jetzt nur noch, wie viele Maschen ihr in den jeweiligen Farben häkeln müsst. Ihr wisst ja jetzt, dass ihr die letzte Masche immer mit dem neuen Farbfaden beenden müsst. Dann wieder drei weiße. Wechseln dann wieder auf drei hasenfarbene feste Maschen und beenden die Reihe mit sieben weißen festen Maschen. In der achten Reihe häkeln wir sechs weiße feste Maschen. Vier hasenfarbene feste Maschen. Drei weiße feste Maschen. Vier hasenfarbene feste Maschen. Und wieder sechs weiße feste Maschen. Diese Reihe wiederholt ihr jetzt nochmal fünf Mal. So sieht das Ganze dann aus. Und in der vierzehnten Reihe häkelt ihr sieben weiße feste Maschen. Zwei hasenfarbene feste Maschen. Fünf weiße feste Maschen. Zwei hasenfarbene feste Maschen. Und beendet die Reihe wieder mit sieben festen Maschen. Diese Reihe wiederholt ihr jetzt auch nochmal. Und die nächsten vier Reihen häkeln wir einfach nur weiße feste Maschen. Am Ende schneidet ihr den Faden einfach in der letzten Masche ab und holt ihn einmal durch. Damit ich den Faden leichter einfädeln kann, verknote ich einmal die beiden Fäden, die ich jetzt abgeschnitten habe. Sonst würde mir diese Masche wieder aufgehen. Dann stecke ich einmal durch die letzte Masche durch und hole meinen Faden für den Rand nach vorne. Ich habe dann so eine Schlaufe. Auf diese Schlaufe häkle ich nochmal eine Luftmasche und dann häkle ich drei feste Maschen in diese Masche. So komme ich um die Ecke herum und kann dann seitlich einfach weiter häkeln. In jedes Loch steche ich ein und häkle eine feste Masche. In dieser und den nächsten beiden Ecken, hier kühlt ihr jeweils drei feste Maschen. Die sind dafür da, dass ihr immer um die Ecke kommt. Und so häkelt ihr jetzt einmal komplett um den Untersetzer herum. Und so häkelt ihr jetzt einmal komplett um den Untersetzer herum. Und jetzt habe ich den Faden wieder abgeschnitten, durchgezogen und in die Nadel eingefädelt, um ihn zu vernähen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, dann wird das Video auch anderen angezeigt. Und wenn euch auch interessieren würde, wie man eine schöne Babydecke in einem Tulpenstich häkelt, dann klickt einfach hier. Und 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 dann klickt einfach hier. Vielen Dank.